Es war direkt klar, egal was ich mache, und da war es jetzt in dem Fall Judo, ich mache es auf Leistung und ich will alles geben und ich möchte auf jeden Fall groß werden. Ich bin Anna-Maria Wagner, bin 24 Jahre alt und bin Judo-Paar, hauptberuflich. Ich habe schon immer das Bedürfnis, mich zu bewegen und mich zu messen. Dieses Foto, ich glaube, da bin ich neun Jahre alt, alle eine Altersklasse. Ich bin ein Kopf größer wie alle anderen, egal ob männlich oder weiblich. Ganz, ganz, ganz lange war ich einfach immer die Größte überall. Dadurch, dass ich mit zwei Brüdern aufgewachsen bin, musste ich mich schon immer ein bisschen mit den Jungs kloppen und hatte einfach Spaß, gegen die auch zu kämpfen und mich auch als Mädchen zu beweisen. Ich war 16 Jahre, als ich aufs Internat gekommen bin. Das war so der Punkt, wo man sagen kann, okay, jetzt ist Sport mein Leben. Aber das war natürlich auch schon ein harter Weg mit der Schule, das auch gleichzeitig zu managen, hier weg zu sein, nachzuholen, weg von der Familie auch zu sein. Ich glaube, dass es positiv für mich war, auch für meine Entwicklung, dass ich sehr früh eigentlich schon erwachsen war. Weil ich Sport liebe, quäle ich mich jeden Tag und hole alles aus mir raus, um ganz nach oben zu kommen. So viel zu mir. Jetzt möchte ich eure ersten Sportmomente sehen. Vielen Dank.